Ja, Momo-Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 4. So. Oh, es ist doch bloß, du lebst noch. Ach nee, du... Ach, das ist das Ding. Okay. Hey, guck mal, da hängt eine Puppe. Okay. Geistesgestütte Typen. Also, unser jetziger Plan besteht darin, dass wir da hinten einen Typen mit, äh, einem Fatman oder Raketenwerfer, je nachdem, ich weiß nicht mehr, was das war, ähm, rumhängt und den wollen wir so gut es geht beseitigen. Da steht er, der Gude. Wie beseitigen wir ihn? Das haben wir zur Verfügung. Das ist das allererstes, was wir machen. Das könnte ein bisschen, äh, dauern, bis wir ihn beseitigen. Waffen. Wir haben eine Splittergranate. Und ansonsten die Lasermoskete. Schrohflände bringt mir hier in diesem Fall nichts. Ähm, okay. Oh! Fölte Taste. Yeah! Oh Gott, das war ja abendselig. Okay. Gucken wir mal, dass wir ihn treffen können. Okay, wir haben ihn nicht getroffen, aber ich muss laufen. Okay. Okay. Wie erledigen wir das Viech? Allein das Viech. Oh Gott. Oh. Einfach vorsichtig sein, Freunde. Einfach vorsichtig sein. Wir gucken. Wir müssen ihn eigentlich nur einmal treffen und dann weglaufen. Gut, äh, Granate hat schon mal fehlgeschlagen. Für uns kommen wir die Polotovs. Das letzte Mal habe ich so gut getroffen. Steht ja nicht mehr, ne? Ah, geht jetzt hoch. Näh! Also einen habe ich anscheinend getroffen, nicht sonst, äh, getötet nicht, aber getroffen. Sonst hätten wir Erfahrung bekommen. Okay. Wir müssen uns irgendwie anschleichen. Ich meine, wenn ich sterbe, ist das natürlich doof, aber dann habe ich wenigstens meine Granate wieder. Ich will jetzt wegen so einem Scheiß jetzt nicht laden, nur weil ich eine Granate verloren habe. Wir müssen auch irgendwo taktisch nachdenken, nicht immer blöd drauf hinladen. Sondern auch einfach mal probieren. So, Mann. Verwickter Feiglinge versteckt sich! Ich bin ein verwickter Feiglinge, und? Das ist jetzt nichts Schlechtes. Einen Molotov habe ich noch. Wenn der mich sieht, wäre ich sofort tot, also das kann ich mir jetzt schon versprechen. Das ist ein Geschützturm. Er sucht nach mir, ich habe ihn gesehen. Wir sind kurz und schmerzlos. Glaubt ihr? Okay, einen haben wir beseitigt. Du bist nicht der Raketenwehrverein, oder? Nein. Du bist irgendwas anderes. Wo ist der scheiß Raketenwehrverein? Den müssen wir wieder wischen. Der hat auch eine Powerrüstung an. Das ist ein ganz großes Problem. Scheiße, scheiße. Oh Gott, Boomer, ich habe ihn gesehen. Er war da. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Ach komm, ach komm. Der wusste, der wusste, wo ich langlaufe, oder was? Ich muss auch kurz mein Mikro umstellen. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu laut. So, ähm. Ne, das mache ich gar nicht. Achso, hier. So, so. Ja. Sehr schön. Okay. Versuchen wir uns auf ein neues. Wir haben jetzt zumindest unsere Granate wieder. Ach du Scheiße. Woher wusste er, wo ich langlaufe? Deswegen müssen wir ihn unbedingt beseitigen. Ich weiß nicht, wie wir das hinkriegen. Und ob wir das hinkriegen. Oder ob wir hier wirklich scheitern und sagen, komm, wir kommen wieder. Das müssen wir leider manchmal eingehen. Ich wurde gesehen. Okay, nice. Gut, äh. Bittergranate. Lasermuskete. Das ist schon mal uncool, Freunde. Das ist schon mal uncool. Vorsicht, okay. Molotovs sind einfach besser, weil sie nicht in den Luftzeichen platzen. Ne. Aber ich habe ihn schon mal einmal getroffen. Hast Angst, was? Ja. Sehr große sogar. Scheiße. Scheiße. Ja, ne, ist klar. Ja, ne, ist klar. So, Freunde. Alles, was wir brauchen, ist so ein ganz, 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 ganz kleines bisschen Glück, dass die Granate sitzt. Die Granate sitzt. Oh. Oh. Das wäre so wunderschön. So, wow. Okay, ich habe irgendwas getötet. Aber ich glaube, dass wir nicht Boomer. Ich hoffe, der hat irgendwie Schaden bekommen, aber... verzweifelt es irgendwie. Na gut. Oh, guck mal, da ist ein Haus. Ach, da ist ja direkt die Stadt gleich, ne? Dass ich mit den Raiders keine Probleme haben, finde ich ein bisschen seltsam. Oh mein Gott. Der Schnacken wird mir nichts bringen. Ähm. Das war Nummer eins. Nein. Oh, ich habe kaum Leben. Oh mein Gott. Au. Ja, ne, ist klar. Habe ich noch einen gehört? Nein. Ach, ich bin so im Eimer, alter. Ist gar nicht gut. Dieses ganze Kleinzeug, ne? Das ist so ätzend. Okay, wir haben irgendwas getötet. Äh, wir haben Hunde getötet. Handschellen. Ein Teddy. Und eine Lunchbox. Hey. Mr. Gutsy, Handy-Modell. Oh. Das muss ich jetzt auf jeden Fall speichern. Das will ich bei mir zu Hause aufstellen. Wo ist sowas von? Nogakola und Karotte. Ich brauche hier irgendwas mit Schlagkraft. Irgendwas, was den Typen wegfetzt. Oh, das ist leider keine Falltür. Okay, wir bleiben hier auf jeden Fall erstmal in der Nähe. Äh. Wir laufen. Wir laufen zu unserem kleinen Unterschlupf. Werden dann nochmal kurz schlafen gehen. Wir sind ein großes Stück vorangekommen vorhin. Ein großes Stück. Wir haben ein Handy-Modell bekommen. Das ist so cool. Das kann ich ausstellen. Oh, da freue ich mich drauf. Wenn ich eines Tages wieder zu Hause bin, sollte ich jemals leben, da ankommen. Ich habe immer das Gefühl, dass ich gleich sterben werde. Fragt mich nicht, wieso. Ich weiß es nicht. Ich habe einfach so... So ein Gefühl. So ein Let's-Player-Gefühl. So wie letztens. Bei Kingdom Come Deliverance. Ja, dachte ich auch. Da kommt gleich was und dann kam wirklich was. Und ich war tot. Aber das kommt in Zukunft noch. Lässt dich überraschen. Flugzeugabsturz. Äh, 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 äh. Muss hierhin zurück, ne? Sollen wir nicht den Ort, wo ich... Du Scheiße. Du Scheiße. Okay, jetzt muss ich erst recht speichern. Und dann hier zurückkennen. Was drücke ich hier für Knöpfe? Wo ist diese Kumpschalte im Rack? Markierte Ort. Okay. Wir machen einen großen Bogen um diese Blähfliege und kommen gleich wieder... Ich muss die ganze Scheiße nur speichern. Das ist eine legendäre Fliege. Das ist vielleicht genau das, was wir jetzt benötigen. Der könnte irgendwas dabei haben, womit wir den Typen übelst die Fresse polieren können. Die Blähfliege wird, glaube ich... Äh, 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 äh. Schwerer werden als Boomer. Äh, 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 äh. Ich hab so das Gefühl, dass die Blähfliege schwerer wird als Boomer. So. Eine legend... Willst du mich verarschen? Okay, der wehrt sich wenigstens nicht, ne? Komm, der wehrt sich nicht. Und für uns zuerst das Ding, was ich nicht wehren kann. Ich weiß nicht, es könnte auch gefährlich sein, diesen Hirsch zu jagen. Einfach, weil der wegläuft und uns einfach in ein Gebiet führt, was vielleicht nicht so cool ist. Du wehrst dich jetzt nicht, oder? Er wehrt sich! Nicht zu den... Nicht zu den Blähfliegen. Alter. Blähfliegen aufgescheucht, oder? Die töten den Hirsch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ja! Brüggelt euch! Oh Gott, ist das gut! Eine Blähfliege weniger. Okay, das sind auf jeden Fall noch drei Blähfliegen. Der Hirsch hat einfach noch eine getötet. Legendär gegen legendär, Freunde. Okay. Der legendäre Kampf. Der Hirsch hat gewonnen? Loll. Baseballschläger. Nachtaktiv. Nice. Verursacht zusätzlich Schaden mit fortschreitender Nacht und weniger bei Tag. So. Ähm. Die packen wir mal auf die Favoriten. Dann schauen wir mal, ob die Blähfliege noch existiert. Der Hirsch die legendäre Blähfliege getötet hat. Oh mein Gott. Ich bin das glücklichste Wesen auf der Welt. Normale Blähfliege? Reduziert den durch Supermonaten verursachten Schaden. Ja gut, es ist nicht optimal, aber... Ey. Ich muss sagen, das war richtig gut. Das war mal richtig, richtig gut. Jetzt darf ich nur nicht sterben. Alter, was für ein Glück ich habe. Wir fliegen haben einfach den Siedler getötet. Na gut. Die Zigarette nehme ich noch mit. Ich werde drüben schlafen und nicht hier, weil drüben bin ich natürlich ein bisschen näher dran. Ja gut, wir haben jetzt einen Baseballschläger bekommen. Der hilft uns jetzt nicht so wirklich weiter. Ähm. Schade. Ich habe ja gehofft. Ich habe gehofft. Ich habe gehofft. Ich habe gehofft. Kronkorken. Alternativ könnte ich vielleicht zurück zur Siedlung und da irgendwie eine Kronkorkenbine basteln. Oder irgendwas, was mir helfen könnte. Das wäre so der alternative Weg, den wir da einschlagen können. Ob das funktioniert, das weiß ich nicht. Naja. Also, wir versuchen es noch einmal. Das Gute ist, wir haben da hinten einen Flughafen gesehen. Wir könnten den noch untersuchen. Also wir können hier noch, wir können hier sehr viel Zeit investieren und können erstmal drumherum alles absuchen. Aber Boomer möchte ich schon töten. Allein wegen der Powerrüstung. Weil ich sammle solche Dinge. Gut, wir haben gespeichert. Wir haben einen guten Baseballschläger bekommen, der echt gut ist wegen Nachkampf und so. So, ne? Ihr wisst ja, ich will Nachkämpfer werden. Und eventuell kann ich den ausschalten da. Bevor Boomer kommt. Okay. Einsätze für dieks. Das war wohl dieks. Ach, das ist das Geschütz. Oh, ich dachte, das wäre Boomer gewesen. Schade. Schade, 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 schade. Hier wird zwei Legendäre auf einmal getroffen haben. Was willst du denn? Alter, bist du wie geisteskrank? Oh Gott, da ist noch einer. Ja, ne. Ist so in Ordnung. Ich habe dich natürlich nicht getroffen. Willst du mich verarschen? Warum stirbst du nicht denn? Ja, das frage ich dich auch. So, noch einer weniger. Aber ich habe das Gefühl, Boomer kommt gleich. Da ist ein Geschütz. Stell dir vor, ich töte Boomer und bin dann einfach tot. Weil das Geschütz mich abballert oder so. Okay, wir haben zwei Leute erledigt. Das heißt, wir können jetzt schlafen gehen. Das Lustigste an dieser Geschichte wäre jetzt, dass ich schlafe und plötzlich kommt eine Rakete. Und wenn ich aufwache, kommt die nächste Rakete. Das wäre kacke. Wieso hängen da Puppen? Wen soll das einschüchtern? Puppen? Okay, Regen. Vielleicht hilft mir das nicht so auffällig zu sein. Hallo, mein Freund. Eigentlich bräuchte ich gar nichts zu looten, ey. Hunting Rifle. Kurz, ne? Eigentlich so wie meine. Könnt ihr natürlich auch versuchen mit der Hunting Rifle. Feuerrate, blablabla. Reichweite 47 und du hast 131, 107. Die Hunting Rifle ist gar nicht mal so schlecht. Aber ich habe auch nur sieben Schuss dafür. Bist du geisteskrank? Hi. Hey. Hallo. Du siehst aus, als könntest du einen Hund gebrauchen. Der beste Freund des Menschen, oder? Okay. Wir sind im Geschäft. Ach ja? Wirklich? Ich meine, sie ist wirklich toll. Verstehe mich nicht falsch. Ich möchte sie nur nicht an jemanden verkaufen, der sich nicht gut um sie kümmert. Sie wird eventuell gleich sterben. Ich werde mich gut um sie kümmern. Keine Sorge. Weißt du was? Ich habe meine Meinung geändert. Verdammt. Ich glaube, ich will sie doch nicht verkaufen. Na gut, hau rein. Oh Gott, jetzt ist sie hinter mir her. Moment. Okay, ich dachte, ich wäre stärker. Ja, komm, lass mich. War eine wirklich gute Idee. Na komm, Boomer. Jetzt kriege ich dich, du kleines Direktiges Viech. Hey, wieso läufst du? Wo läufst du denn lang? Irgendwann läufst du denn da lang? Das heißt, er läuft direkt hier her, ne? Nee, nee, das mache ich nicht mit. Ich mag diese Kämpfe, wo du einfach nur rumstehst und versuchst, mich abzuschießen. Das sind mir die Liebsten, aber nicht so. So haben wir nicht gewettet, Freundchen. Der will es echt wissen. Oh, jetzt greift er ihn an. Ja, Hund. Hund, mach ihn fertig. Perfekte Situation. Der Hund macht ihn einfach fertig. Nur, dass das vorbei ist. Verdammt, der hat sich aufgelöst. Danke. Ah, danke. Ja, gut. Seine Powerrüstung ist weg. Aber egal. So. Am Wohl, äh, Power-Raider-Helm. Nehmen wir das mit. Uh. Gut, den Fatman kann man zwar richtig gut verkaufen, aber ich... 30 Gewicht ist das ein bisschen zu viel für mich. So. Wir haben eine Hunting Rifle mit Leuchtvisier. Das hat er gehabt. Seht ihr, Gegner haben die Teile ja auch. So, äh... Hunting Rifle 37, 34. Was ist daran besser? Oh. Oh, ich hab's nicht mehr gegeben. Was ist daran besser? Wir ziehen mal die Hunting Rifle an und dann gucken wir mal, der wehrt. Gut, wir müssen jetzt differenzieren, was wir wegwerfen wollen. Wir haben noch den Fatman dabei, den hätte ich ablegen sollen. So, das geht weg, das geht weg. Das muss ich mitnehmen. Ähm. Mit Taschen. Einfach mal mit Taschen. Oh, danke, Spiel. Oh, das wird doch nicht nötig gewesen. Nice. So, gefällt mir das doch. Äh, den Rest muss ich leider da lassen. Okay. Bleibt nur noch das Geschütz übrig, ne? Die Hunting Rifle, muss ich sagen, äh... Ist recht... Gut. Nicht so... Nicht so okay wie die andere Waffe. Deswegen kann man mich hier auch nutzen. Oh. Lebt da noch irgendwas? Oh, ich hab's geschafft. Äh, mit Hilfe, aber... Ey, es geht hier nur um Taktik. Geht hier nur um Taktik. Außenposten Simon, ja? Ach, lol. Unglaublich... Oh. Verdammt nochmal, ja. Du ursachst nachts 5% Schaden, äh, bloß 5% Schaden, das ist nice. So, was hast du noch? Taktik. Harness. Oh, was ist das denn? Was hab ich denn da aufgesammelt? Äh. Was ist denn das? Ist das bei Kleidung? Ah, ich brauch leider die Taschen. Ja, aber das behalte ich, cool. Soll ich mir wohl auch etwas aus ner Mod. Guck mal, ja. So, okay. Wir haben hier tatsächlich einen kleinen Außenposten. Ich geh erstmal ne Stunde schlafen. Und dann würde ich sagen, nehm ich die ganzen Scheiße auseinander. Bis gleich. So, Freunde, ich hab den ganzen Außenposten auseinandergenommen, so gut wie es ging. Alles, was ich wirklich nicht brauchte, hab ich rausgenommen. Wobei... Dich brauch ich nicht und dich brauch ich nicht. Hier haben wir noch ein Bett, das ist in Ordnung. Die Antenne können wir sowieso nicht entfernen. Das Fass würde ich auch gern behalten. Das macht das Ganze ein bisschen atmosphärischer. Und ja, ähm... Als nächstes würde ich gern mal gucken, ob wir bereits so ein Signal machen können. Das wär echt cool. Energie und, äh... Oh, was? Die Wasserpumpe. Ach so, ne. Keramik, Gummi, wird alles, ey. Naja. Gut, dann werden wir das hier erstmal, das hier sein lassen. Wir haben die Boomer besiegt, wir haben seine Sachen gesichert. Und wir werden zu unserem anderen Außenposten gehen. Wir haben ja hier mehrere, quasi. Und... Und... Und dann haben wir den da. Hallo. Raider. Gut, noch ne Schrotflinte. Leichtbau, gekochte Rüstung, ist auch nicht schlecht, ne? Na gut. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Und das nehmen wir mit. Und da hat er hier noch ein paar Waschmaschinen am Start. Wenn wir hier rumlaufen, müssen wir echt auch vorsichtig sein. Nicht, dass wir auf Gegner treffen. Ich habe nämlich noch nicht gespeichert. Och Gott. Das ist ein Schmerz. Arsch. Okay. Och. Zu lange draufgedrückt. Schauen wir uns hier oben ein bisschen. Und vielleicht finden wir noch irgendwas Brauchbares. Aber wir müssen eigentlich Schrott abladen. Ich würde das gerne halt in einem Außenposten machen, wo ich... Eher ein Signal aufbaue als da. Wir werden früher oder später überall bauen. Wenn wir die nötigen Ressourcen haben. Mein Controller spinnt manchmal bei diesem Spiel rum. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Kannst nicht in die Richtung gehen? Du siehst doch, dass ich das kann. Aber doch nicht. Sehr gut. Dann lasst uns mal zum Außenposten gehen, wenn das nicht hier erkunde, ob hier irgendwas ist, was mich töten könnte. Ich glaube, wir sind hier recht safe. Weil das zwei Außenposten so nah beieinander sind. Das ist crazy. Ich freue mich ehrlich gesagt auch schon auf die Vault, die wir kriegen. Das wird auch noch richtig lustig, da zu bauen. Nee, nichts. Schade. Ich hatte Hoffnung, dass da irgendwas ist. Dann laden wir hier nämlich unseren Schrott ab. Wir müssen uns nämlich wirklich entscheiden, wo wir den Schrott erstmal abladen. Weil wir können nicht so viele Außenposten haben momentan. Weil wir ja auch die nötigen Ressourcen nicht haben. Also ist überhaupt fraglich, ob wir hier überhaupt genügend Ressourcen haben. Weil es ist ja noch überhaupt kein Außenposten. Stimmt. Oh, was haben wir denn da? Ein Händler? Dem gehört er. Mit dem Schutz der Leute kann man viele Kronkorken verdienen. Keine Bewegung und du bist tot, Ödländer. Jyllandöhn. Hey. Ich habe die besten Rüstungen weit und breit. Zeig mal, was du so hast. Nur nicht an der Rüstung sparen. Außer du willst schnell sterben. Plus, Stärke und Ausdauer. Heile Scheiße. Okay, die will ich haben. Ähm. Ich gebe dir. Ähm. Den hier. Den Schlagring. Dann kriegst du das Gurtzeug von mir. Und. Ne, würde ich ja gerne anziehen, ne? Gut. Was haben wir hier noch? Immer hier ist Befegenfleisch. Das würde ich gerne behalten. Das brauche ich auch noch für andere Sachen. Wie cool. Aufstellrahmen. Ja gut, das ist alles Schott. Das brauche ich jetzt. Oh, nukleares Material. Nukular, Freunde. Nukular. Okay. Gib mir mal den hier. Stärke und Ausdauer kann ich sehr gut gebrauchen. Was haben wir hier noch? Beweglichkeit und Wahrnehmung. Chance von 10% einen Nahkampfangreifer bei einem Treffer zu entwaffnen. Ich hätte noch genug Geld, um eine Sache zu kaufen. Reduziert den durch Supermutanten verursachten Schaden. Beweglichkeit und Wahrnehmung. Wert 19.000. Wieso kann ich denn das eine so billig kriegen? Ihr linker Arm des Champions. Naja gut, wieso nicht? Okay, nehmen wir an. Ich kann alles gebrauchen, was ich kriegen kann. So. Kann ich den linken Arm auf jeden Fall verkaufen? Wir haben hier noch... Ähm... Leichtbau. Ähm... Ne, die Taktik-Harners kann ich ja nicht verkaufen, weil ich brauche halt die Taschen. Hey, Lukas. Du solltest deine Kronkorken in meine Rüstung investieren, um dich zu schützen. Dieser Rat ist kostenlos. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Hier ist Panzerung das Wichtigste. Schönheit kann Kugeln nicht aufhalten. Ladung ballistischer Fasern. Stahl, Stoff... Er hat halt wirklich nicht das, was ich brauche, ne? Wenn ich hier auf Schrott gehe... Leider nicht. Aber gut, dann nimm du doch mal das und das. Und die Taktik-Harners. Gut. Lassen wir es dabei. Hey, zumindest ist es ehrliche Arbeit. Ah, genau. Na gut, wir müssen hier eines Tages zurückkehren. Ähm... Ja, die Frage ist, was jetzt... Wir müssen eigentlich irgendwo unseren Schrott abladen. Und, ähm... Wie viel wiege ich denn jetzt? Ich kann noch 20 tragen. Dadurch, dass ich diesen einen Stärkepunkt habe, kann ich noch mehr tragen. Ähm... Ja... Alternativ könnte ich schnell den Raketenwerfer holen und den auch noch verkaufen. Das ist gar nicht so einfach, was man jetzt macht. Weil der Raketenwerfer wiegt 30, ich kann nur noch 20 tragen. Ähm... Und ich muss dringend speichern. Denn ich will das auf jeden Fall alles nicht über uns gemacht haben. Gut, wir lassen den Raketenwerfer einfach da. Er hätte mir wirklich sehr viel Geld geben können. Aber das ist es mir einfach nicht wert, ständig hin und her zu laufen. Wir müssen halt abwiegen, was uns jetzt wichtiger ist. Ich kann das Geld gebrauchen, ihr habt es gesehen, aber naja. Hey, was geht ab? Will ich euch helfen? Ist irgendwas? Wo laufen die hin? Hallo? In diesem Job wird man nur alt, wenn man damit rechnet, dass einen alle töten wollen. Oh! Er ist verkrüppelt. Verdammt. Ich habe mich getroffen. Deswegen sind sie so losgerannt. Die Siedlung wird angegriffen. Oh, wir kriegen das Zeug. Ja! Wir gehen zusammen los! Oh, ich habe Freunde. Das ist richtig gut. Bleib auf den Straßen, dann ist deine Überlebenschance größer. Ich bleib jetzt bei euch, ey. Da kann ich richtig absahnen. Aha, die ist langsamer. Ich habe so random einfach wilde Ghoul getroffen. Die waren nicht hinter den wilden Ghoul. Was ist mit denen los? Was war das? Der Ritka lag hinter dir. Ach, ich hätte was gesehen. Du oder ich. Kleines Viech. Hat sie sich einfach in Brahmin versteckt. Nicht schlecht. Ja, gehen wir weiter, Freunde. Ich habe Freunde, die mir helfen. Aber ich bin viel zu langsam, weil ich keine Ausdauer habe. Verdammt. Aber da, wo die hingehen, gehe ich jetzt auch hin. Ganz einfach. Vielleicht auch nicht so schnell, bitte. Verdammt. Ich muss eine Abkürzung nehmen. Okay, hier kann ich eine Abkürzung nehmen. Hier wird irgendwo scharf geschossen. Bleibt stehen, Jungs. Ich kann euch gut gebrauchen. Es würde mich aber echt interessieren, wo die hinwollen. Ob die schon mal den Weg freiräumen? Problem ist, nur abseits verpassen wir jetzt ganz, ganz viel. Okay, sie stecken fest. Scheiße. Okay, sie kommt weiter. Gut, wir lassen ihn zurück. Er kommt nicht voran. Scheiß drauf. Wir brauchen ihn nicht. Wir sind zu zweit stärker als der Typ. Ah, der hat es geschafft. Was ist das? Sind die freundlich? Ja, die sind freundlich. Da können wir reingehen. Ich erinnere mich. Ja. Hallo? Covenant. Du besuchst Covenant? Wenn nicht, geh weiter. Du weißt ja, bewaffnete die Rumlungern. Nicht gut für die Nerven. Ihr habt so viel. Ähm, das ist Covenant. Heißt so etwa dieser Ort? Ja, wir sind echt im Aufwind. Ein Halt für Händler und dergleichen. Wir sind nicht groß, haben aber einiges zu bieten. Ein Arzt kann dich hier zusammenflicken. Es gibt sogar Limonade. Nice. Na ja, so nennt dieser sie. Einen kleinen Haken hat die Sache aber. Wir lassen nicht jeden rein. Es gibt einen Eingangstest. Wir nennen ihn den Safe-Test. Jeder muss ihn ablegen. Safe? Interessant. Jetzt mal ganz ehrlich. Wofür ist dieser Test? Ich sollte wohl nichts sagen. Aber hör zu. Wir wollen sicherstellen, dass nur gute Leute nach Covenant kommen. Keine Unerwünschten. Niemand, der nicht ganz so ist, wie er scheint. Okay? Unerwünschte? Ich bin neu in der Gegend. Was meinst du mit Unerwünschte? Weißt du was? Keine Sorge. Safe ist einer dieser Psychotests. Nur ein paar Fragen, die du beantworten musst. Willst du den Test ablegen? Wenn du bestehst, lass ich dich rein. Na gut. Machen wir den Test. Kein Problem. Gut. Nimm Platz, dann können wir anfangen. Dann leg mal los. Wir warten. Der Test dauert nicht lang. Wir können anfangen, wenn du Platz genommen hast. Ach so. Der Test dauert nicht lang. Wir können anfangen, wenn du Platz genommen hast. Los geht's. Es gibt keine falschen Antworten. Ein wild gewordener Wissenschaftler brüllt dich an. Ich werde meinen Quantenharmonisierer in deine photonische Resonanzkammer stecken. Wie lautet deine Antwort? K.O. schlagen. Ich nehme ein Rohr und schlag ihn K.O. Ein Rohr also. Nächste Frage. Du machst ein Praktikum in der Klinik und ein Patient mit einer seltsamen Infektion am Fuß humpelt durch die Tür. Die Infektion breitet sich rasend schnell aus. Aber der Arzt ist kurz weg. Was machst du? Amputieren. Ich stehle dem Jungen heimlich das Diebesgut und überlasse ihn seinem Schicksal. Sehr seltsam. Glückwunsch. Du hast es in ein Baseballteam geschafft. Welche Position möchtest du? Catcher, Pitcher, Fußball. Er nannte einen Schlagmann. Fußball. Ich spiele kein Baseball. Ich spiele Fußball. Bist du dir da sicher? Naja, nächste Frage. Deine Großmutter lädt dich zum Tee ein. Doch du bist überrascht, als sie dir eine Pistole gibt und befiehlt, jemanden zu töten. Was machst du? Töten, um sein Leben fahrend, den Minigun. Minigun. Ich bitte um einen Minigun, damit ich den Auftrag richtig erledigen kann. Nimm die Fragen bitte ernst. Oder machst du das? Weiter. Der alte Mr. Abernathy hat sich wieder in seiner Wohnung eingesperrt und du hast den Befehl, ihn rauszuholen. Wie gehst du vor? Schlossknacken, lass sie in Laserpistole eine Bombe beschaffen. Ich hole mir eine Cherrybomb und sprengen das Schloss auf. Und das ist alles? Sonst nichts? Warte, nicht antworten. Weiter. Oh nein. Du hast Strahlung abbekommen und eine mutierte Hand ist dir aus dem Bauch gewachsen. Wie sieht die optimale Behandlung aus? Operation, Medizin, Selbstmord bieten. In Operationen. Ich schneide das mutierte Gewebe mit einem Präzisionslaser raus. Technologische Neigung. Hm. Ein Nachbar besitzt das allererste Heft von Groknack der Barbar. Das willst du haben. Wie kannst du es am besten bekommen? Ich gebe etwas ins Getränk mischen. Ich schütte ihm K.O.-Tropfen in seine Nuka-Cola. Dann nehme ich es mir. Hm. Wir sind fast fertig. Letzte Frage. Du findest es lustig, deinem Vater einen Streich zu spielen. Du gehst in sein Badezimmer, wenn niemand da ist. Und? Äh. Medikamente tauschen. Ich tausche seine Blutdruckmedikamente gegen Zuckerpillen aus. Der Test ist beendet. So wie du hat noch nie jemand geantwortet. Danke. Aber du hast bestanden. Ich öffne das Tor. Ist klar. Ist klar. Und so, so bestehe ich, ja? Oh nein, ist okay. Nein. Lass mich rein. Ich werde auf jeden Fall keinen umbringen. Ich bin nicht geistesgestört. Nein, nein, nein. Willkommen in Covenant. Geh rein. Pennys Laden ist normalerweise der erste Halb. So, wir sind da. Ja, ich würde sagen, dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Gucken, was wir hier so finden. Nichts für ungut. Aber ich habe noch ein Werk an Arbeit. Das ist die Vito nicht. Mach doch, was du willst, Alter. Das ist Diebstahl. Was? Nein, 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 nein. Wieso ist da eine Sache dabei? Du wurdest beim Stehen, der Westerbysister wird versuchen, sich den Gegenstand zurückzuholen. Dann nimm ihn dir. Hä? Ich darf alles nehmen? Aber nur eine Sache dabei, die ich geklauen konnte. WTF. Naja, habt ihr was zu trinken hier? Was ist da gerade passiert? Ich will nicht kämpfen. Bitte nicht. Oh nein. Nein, 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 nein. Nein. Ich wollte nur was trinken. Oh, scheiße. Scheiße. Nein, bitte nicht. Tötet mich nicht. Oh, das ist ein großer Fehler. Mach das bitte nicht. Scheiße, okay. In der Stadt darf ich mich jetzt eine Weile lang nicht sehen lassen. Ja, kacke. Was ist jetzt? Jetzt bin ich wieder auf mich allein gestellt. Geil. Ich habe so ein Leben verloren. Ich wollte nur was trinken. Scheiße, Mann. Okay, wir sind jetzt irgendwo um nirgendwo gestrandet. Unsere Freunde sind weg. Geil. Einfach geil. Gehen wir in die Stadt. Versuchen wir es zumindest. Ich habe keine andere Wahl. Ich meine, wenn ich jetzt sterbe, ist das so, aber... Ich glaube nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Oh, shit. Wir versuchen einfach in die Stadt zu kommen. Oh Gott, Leute, ey. Das kann doch nicht sein, ey. Da war eine Sache dabei, die ich mal klauen konnte. Das ist doch nicht euer Ernst. Da hinten brennt Licht. Oh nein, 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 nein. Ich erinnere mich an dieses Haus. Ganz viele kleine Viecher. Da machen wir erstmal einen Bogen drumrum. Kommen wir wieder. Aber das war... Seht ihr die Werkbank? Scheiße. Mach noch die Dinger. Dein Ernst, Mann. Das machst du jetzt nicht wirklich sehr, oder? Doch. Genau das mache ich nicht. Okay, ich bin dann mal weg. Ich weiß nicht, wo ich hin... Ich bin hier komplett am Arsch, ey. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich bin jetzt irgendwo gestrandet. Und ich komme hier nicht weg. Nein, das ist auch kein gutes Gebäude. Ach, kacke. Wenn ich dieses Haus einnehmen könnte, Freunde. Dann wäre alles gut. Weil dann könnte ich das speichern. Ich muss jetzt echt aufpassen. Wenn ich jetzt nicht speichere, ist alles für den Arsch. Ich brauche irgendwo ein Plätzchen zum Schlafen oder irgendwas. Da ist eine Mine. Okay, ich muss auf Mine aufpassen. Ach, das noch. Okay, ich bin dann mal wieder weg. Oh! Nice one. Oh mein Gott. Die Mine hat mir voll den Arsch gerettet. Aber ich muss aufpassen. Nein, 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 nein. Tun wir das nicht ans Spiel. Fuck! Ich kann nicht schießen! Ok, alles gut. Jetzt haben wir noch am Start. Nein, das kann ich auch viel besiegt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Na gut, Freunde, ähm, ja, gut, kacke. Ich glaube, ich finde jetzt meine Kleidung, ja, na gut, wir gehen, wir gehen woanders hin. Oh Gott, nein, oh nein, ja Katze, du hast recht, miau, das ist ein Versuch, ey, ich muss den Raben dafür töten. Ich kriege nicht mehr Loot von ihm. Na gut, wir hatten uns eh verlaufen, wir waren mitten in der Scheiße, also das hätte niemals gut gehen können. Miss Fusion, äh, da war der Schrittplatz, ne. Wo wollen wir hingehen? Konkord, wir sind jetzt momentan hier oben in der Ecke, ne. Äh, lass uns da doch den See aufsuchen, komm. Gehen wir zum See. Das Ganze wieder herzustellen ist, äh, nahezu unmöglich. Deswegen lasse ich es. Wäre es jetzt möglich, das Ganze wieder herzustellen, da hinzulaufen, die Gule platt zu machen und so weiter und so fort. Das würde ich, würde ich es tatsächlich machen. Aber so wird das nichts. Deswegen machen wir ja auch was anderes. So ist das Leben, Freunde. Wir werden eines Tages da zurückgehen, den Test werde ich dann einfach überspringen und quasi wegschneiden. Oder einfach nur mal die gleichen Antworten geben. Der See. Wir sind wahrscheinlich gleich schon wieder tot. Ah, guck mal, hier sind wir. Cool. Keine zu weit entfernt. Wir haben aber irgendwo noch der Flughafen. Ah, was haben wir denn da? Lake Kwanopoid. Ich erinnere mich gar nicht an den. Waren wir jemals hier? Dann müssen wir ja auch Loot loswerden, ne. Ah, guten Tag. Haben die mich echt nicht bemerkt, doch. Haben die. Jetzt hat er ein Leben verloren. Ich hab so das Gefühl, dass ich gegen Meierlox nicht ankomme. So. Beat den dran, Freunde. Beat den dran. Oh Gott. Was ist das denn? Oh mein Gott. Okay. Ähm. Wir sind an einer Stelle angekommen, wir dürfen nicht weitergehen. Wir dürfen und können einfach nicht weitergehen. Du hast die Katze gerade lang gelaufen. Das hat mich irritiert. Ähm. Es sind zu viele starke Kreaturen hier in der Nähe. Ach, da hinten laufen die beiden wieder, ne. Ähm. Ähm. Ich würde glatt behaupten, wir bleiben erstmal im Umkreis, äh, unseres Gebiets. Und das wäre dann quasi, wenn wir hier runtergehen. Dann würde ich sagen, gehen wir, gehen wir da, gehen wir einfach da. Ich glaube, das wäre das sicherste, wenn wir einfach... Ich gehe, glaube ich, erstmal nach Hause. Und, äh, leg dann da die Sachen ab. Wir sind jetzt auch nicht so weit entfernt von zu Hause. Also, ist jetzt nicht der Weltuntergang. Achso. Ich wollte gerade sagen, das sieht aber alles seltsam aus. Dann kämpfen wir gerade gegen die Ghule. Naja. Und dann gehen wir halt in ein etwas, ja, friedlicheres Gebiet. Wann haben die mich schon gesehen? Wo kommen die jetzt her? Eine normale Blefliege und? Blefliege. Nichts legendäres hier, oder? Das sind drei Stück, wenn ich das richtig gesehen habe. Gott, ich hasse diese Viecher, ne? Weiß ich, nur zwei? Wo willst du hin? Ich werde doch stehen. So, können wir hier irgendwas noch raus looten? Das sieht so ziemlich aus, als könnte man da looten, oder? Ich hätte schwimmen können, das waren drei. Kann aber auch sein, dass da eine Rabe dabei war, der mich abgelenkt hat. Hey, bist du legendär? Nein. Dann verzieh dich mal. Da hätten wir das, ähm, ich weiß, wenn wir die Quest auslösen, dass da ganz viele Maillocks rauskommen und gegen Maillocks haben wir momentan echt keine Chance. Das kannst du voll vergessen. Brauchen bessere Waffen. Könnt ihr jetzt zwar mit der Power-Rüstung daherkommen, aber ne. So, kurzes Impro-Gewehr. Mehr gibt's hier nicht? So, ein bisschen umsillig, oder? Ja, cool. Naja. Okay, ähm, wir müssen hier einen großen Bogen drum machen. Ich will da ehrlich gesagt nicht hin. Das sind Raben, achso. Wir kommen hier schon früh genug hin. Ah, komm mal, hier sind wir. Bei dem Ding. Unsere ganzen Errungenschaften. Sie warten hier nur auf uns. Na gut, jetzt sind wir hier angekommen. Ich würde sagen, jetzt passiert sowieso nichts mehr. Dann teleportiere ich mich jetzt nach Hause. Beziehungsweise ich schneide es einfach. Oh, was? Du bist halt tot. Okay. Das nehme ich gerne an. Ich glaube, den haben wir schon mal... Achso, den haben wir wahrscheinlich nie getötet. Deswegen kam er immer wieder zurück. Ah, nice. Die Erfahrung nehme ich sehr, sehr gerne an. So, Dogmeat. Hallo, mein Kleiner. Das geht. Hey! Komm. Los, Junge. Wir müssen gehen. So, endlich zu Hause. Meine Fresse. Das war genug Abenteuer erstmal. Mit Boomer und so'n Kram. Ey. Also heute haben wir einiges erlebt, würde ich sagen. Und jetzt, wo wir zu Hause angekommen sind, werde ich auch so langsam die Folge beenden. Ähm. Ähm. Wir haben ein bisschen Beton. Aber das wird höchstwahrscheinlich in der anderen Siedlung sein. Da muss ich früher oder später nochmal hin. Ich glaube, das hat er... Oder ich muss dann Typen hinschicken. Ich glaube, dann nenne ich das Beton. Naja. Gut. Ähm. So. Ich würde sagen, ich gehe jetzt hier mal kurz schlafen. Äh. Und dann sehen wir uns... Hey! Hast du einen Augenblick Zeit? Ich wollte dir dafür danken, dass du uns in Concord geholfen hast. Hätten wir dich doch nur eher getroffen. Oh. Keine Ursache. Nicht der Rede wert. Ihr seid wirklich durch die Hölle gegangen, was? Du kannst es dir nicht vorstellen. In den letzten Monaten haben wir alles verloren. Mein Sohn ist... Ist fort. Hm. Ich verstehe. Ich kann das nachvollziehen. Ich... Hab auch jemanden verloren. Aber du und ich... Wir sind noch da, oder? Wir müssen weitermachen. Für sie. Ja. Mein Bett. So. Gut, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche bei einer neuen Folge wieder. Ja. Bei neuen Abenteuern. Und vielleicht werden wir auch mal wieder bauen können. Äh. Je nachdem, ob wir genug Beton zusammen bekommen. Äh. Rein theoretisch muss ich ja nur einen Siedler. Ich muss mal wieder nach Diamond City. Die größte Stadt, die ich je gesehen habe. Ich weiß nicht, was das für ein Zeichen ist. Ich das nur wüsste. Du bist nicht zugewiesen. Ne? Ähm. Was mache ich das jetzt bei dir? Oh. Ich brauche jemanden, dem ich eine Versorgungsroute geben kann. Ich bin nach hinten. Dann könnte ich hier ein bisschen bauen, weil ich ein bisschen Beton bekommen habe. Machen wir mal Murphy. Ich hasse das, dass die hier rumlungern. Sieh da. Da. Du. Hey. Du. Hallo? Ah. Sie. Achso. Ich will nicht transportieren. Willigen. Ja. Willst du... Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Dann möchte ich nicht. Na klar doch. Ich verstehe das nicht. Wieso kann ich keine Versorgungsroute machen? Wieso kann ich keine Versorgungsroute machen? Wieso kann ich keine Versorgungsroute machen? Na ja, gut, Freund. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich google ein bisschen wegen Versorgungsrouten. Ich habe keine Ahnung, woran das jetzt liegt. Haut rein. Euer Sirot. Tschüss.